Herzlich Willkommen auf meinen Kanal zurück, gut zu Deutsch, deutsche Sprache, schwere Sprache, ja, und diesmal haben wir auch den anderen dabei, hinter der Kamera, ja, Leute, wir machen was Schärfes für ein Papier, was wir machen, weil, ja, wir haben uns zwei ausgedacht, aber wir haben uns gestritten, was, wir haben uns zuerst eine, wir könnten eine Feierrückchen machen, oder haben halt Handball, ja, okay, wir sind gleich wieder da, Schere, Schein, Papier, Helene, lass es laufen, ja, okay, wir sollen es, ich lasse es laufen, alle, ja, auf dem fetten Stuhl, Schere, Stein, Papier, Schere, Stein, Papier, ja, zwei, nein, Zi anzies, zwei, zwei, ja, drei, zwei, Mist, fall runter, na, du bist als erstes Keeper, würde ich sagen. Ja. Oh mein Gott. Los geht's, ich bin Homa dieses Mal als Linie. Oh, wir können aber auch den Bein nehmen. Nee, hier, Homa, ich stelle mich mal auf Homa. Leon. Sorry, Leute. Ich musste raus, ich habe voll zu viel Wasser gedrückt. Ja, war drin. Leon. Ja, da war drin. Wo ist der? 2-0. Ich muss mich versuchen. Junge. Ich habe noch zwei. Und da füllt hier einfach 3-0. 4 reichen eigentlich schon. Ja. Das heißt, nein, weil ich ihn gerade berührt habe. Ja, genau, dann darf ich Homa als Abwehr. Ha, ha, nein, der ist hinter den Haaren. Er ist vor den Haaren. Nein, er war hier. Ja, ich kann jetzt eigentlich schon dran, weil ich eh keine 4 schaffe. Oder er eh keine 5 schaffe. So. Aber sind wir auch wieder? Machst du gerade den Depp? Huh. Was ist denn da? Leon. Immer ich, ne? Ich weiß, was beide lehren, aber... Hilfe. Halt aber durch. Nein. Okay, komm. Hier, halt mal. Ich bin am Arsch. Batman. Halt. Blaschen. Ich habe noch gar nichts. Nicht, weil er nicht aufs Zoll gegangen ist. Ich will es dir mal bohlen. Aufstehen bitte. Hätte er auch mit in dem Video sein können, aber ich bin so glücklich gewesen und bin auf den Club gekommen. Ich habe einfach immer noch 5, weil es so weiter nicht aufs Zoll ging. Und welcher? Nein, du hast noch 3, ne? 3. Alter, ich habe das Tor. Halt doch. Was? Habt ihr gerade nicht gehört, was ich gesagt habe? Ja, ich habe es ja noch nicht mehr gehört. Ich sage es dir dann. Ich drifte einfach mal ein Fett. Warte. Noch zu einer, ne? Nein, noch. Kopfball und restliche. Ein. Komm, mal aufgeholt. Ja, dann kommen wir jetzt gleich zur Bestrafung. Ja. Mach, Rine! Äh, was wollen wir denn machen, ne? Bestrafung. Was denn? Arschbolzen. Okay. Weggucken, bitte. Au, warum schießt das Handy ab? Er schießt sein eigenes Handy ab. Ich schlau. Au! Einer Arschbolzen hat er noch. Und damit sind wir fertig. Und wie es aussieht, soll ich noch ein Salter machen, oder? Quatsch. Au! Soll ich das noch ein Salter machen, oder nicht? Ich kann gar nicht machen. Ja, aber Quatsch, bitte nicht auf die Fresse. Ja, mach dir einfach Obermeyang, mal schauen, was ich so raussuchen kann. Warte. Ja, dann lass ich gleich alles machen. Okay. Hey, warum befriedigst du gerade deine Frau? Was? Warum befriedigst du gerade deine Frau? Ich darf leider den richtigen Ausdruck nicht machen. Na, wie Fall einfach. Und zwar ist das Piep machen. So, dann dritter Seite. Das M-Wort gilt ja auch dazu, also darf ich noch mal. Ja, okay, dann mach. Ja, ist dumm, dass wir alle Schimpförder rausbiegen müssen. Wir würden sie gerne euch auch sagen können, aber... Leon, ihr fehl! Leon, mach es so lange Salter ist, indem du einfach die Kamera hältst. Das kann ja was werden. Also, jetzt gleich ein paar Überschlagungen gegeben. Ui, aua. Ja, Leute, wenn der sich jetzt nicht beeint, mach ich das Video zu Ende, aber... Au! Ein Blödo hab ich noch. Und den werd ich von da oben machen. Oder auch nicht. Wenn man wegrutzt. Nice, das war Saldo ever. Und damit gucke ich jetzt, wo er ist, ganz kurz. Ah, bist du wieder da? Ich weiß, wer ist da nicht gekommen, lieber. Deine Mutter. Ja, das Video ist zu Ende. Ich hab die drei Salters gemacht. Du kannst sie jetzt gerne verabschieden. Willst du mir denn noch was sagen? Und guckt mal auf IT-Fol und auf MMOGIA nach günstigen FIFA-Calls. Und wir schreiben in die Beschreibung, wo ihr mich findet. Und dann... Ciao! Sag was! Sag einfach, ciao! Digga, warum geht ihr mir was zu saufend?